Ich bin ein schlechter Mensch und das schon ziemlich lange. Drei Leute wurden mit derselben Waffe getötet. Was ist das? Die lagen auf dem Boden. Euer Killer verliert den Verstand. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie war die Zimmernummer nochmal? Steht auf dem Schlüssel. Sie erhalten von mir für Ihre Dienste 10 Millionen Dollar. No. Ziehen Sie den Auftrag zurück. Ich tue Kindern nichts. Niemals. Hör mir kurz zu. Der Kleinen wird nichts zustoßen. Sonst hast du mich am Hals. In Sunset Heights wurde ein 13-jähriges Mädchen ermordet. War ich letzte Nacht hier? Ja, was ist denn los? Bist du sicher? Hugo vermutet, dass hier jemand Rechnung begleicht. Sie sprechen mit Vincent Serra? Ich kann nicht weiter Ihren Job für Sie erledigen. Wer sind Sie? Ihr seid einfach zu langsam für die. Was die den Kindern angetan haben und Sie tun nichts dagegen. Jetzt schaltet er die aus, die uns durch die Lappen gehen. Er mischt sich in eine internationale Ermittlung ein. Sie sagten doch, es würde reibungslos laufen. Ich habe schlimme Sachen gemacht. Wir beide sollten uns in Ruhe unterhalten. Ihnen geht es nicht gut. Dafür ist keine Zeit. Wenn ich tot bin, erfahrt ihr nie die Wahrheit. Mach mir weg! Ich hoffe doch, Sie sind ein guter Mensch, Vincent. Wenn ich das nicht zu Ende bringen kann, müssen Sie das tun. Aber die müssen bestraft werden. Auf welcher Seite wollen Sie hierbei stehen? Ich will Gerechtigkeit. Ich will Gerechtigkeit. Wir alle müssen sterben. Wichtig ist, was du machst, bevor du gehst. Wichtig ist, was du machst.